Irgendein Messerchen? Da haben wir es doch schon. Können wir nämlich jetzt direkt noch ein Flammenschwert machen. Uh, das ist so stark, das Teil. Jawohl, ja. Drei Flammenschwerter. Es dürfte easygoing für uns die nächsten Male sein erstmal. Seht ihr? Flammenschwert. Eine sehr, sehr starke Waffe. Verzieht euch. So, geradeaus rechts und dann dahin. Haben wir hier noch irgendwas, was wir erobern können. Ne, wir düsen hier hin. Können wir dann ein tragisches Schicksal machen. Noch so ein Komboscheiß. Da geht's hin. Hetzte wohl gerne. Oh, wobei, hier gibt's auch wieder so Komboscheiß. Sauber, 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 sauber. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich bin ready. Kommt er. Blöte Zombies mit Kombifahrzeugen. Ja. Mit Kombifahrzeugen. Habe ich leider keins. Nope. Lass mich einsteigen. Ich habe kein Kombifahrzeug. Hat mir gerade also überhaupt nicht so was. Scheiße. Fuck wieder das Flammenschwert aus. Oh, jetzt fuck er mich nicht selbst an. Wo ist denn hier bitte? Ja, ja, dass das fehlgeschlagen ist, war ja klar jetzt. Aha, da oben. Dann gibt's hier auf jeden Fall auch ein tragisches Schicksal. Komm ich denn hier hoch? Coole Mucke. Gegen mein Flammenschwert habt ihr eigentlich no Chance. Vor allen Dingen kann ich ein Flammenschwert aus quasi Müll bauen. Macht das kaputt. Da ist die Scheibe im Arsch. Wo sind denn die Lautsprecher? Wo sind denn die Lautsprecher? Wo sind denn die Lautsprecher? Da muss man ein bisschen Überblick haben. Okay, hier rüber. Ihr wollt auf die, auf Small, man kommt her. Wobei, wir fangen mal hier mit an. Ja, das Flammenschwert ist genauso übel. Hier rüber. Hopp. Auf jeden Fall. Neh, neh, neh. Meine Güte. Ja. Die Waffe ist ganz schön episch. vom Sane hier rüber. Oh Mann, ey. Die ist leicht OP. Aber umso geiler, die zu haben. Gibt es wohl bei 200 Kills noch einen Bonus. Hier rüber. Aber wobei. Scheiß drauf. Und dann war er leider down. Ja, hier weiß ich. Down. Ist gar nichts. Da oben drauf kommen, ist vielleicht doch ein bisschen schwerer, wie ich mir das gedacht habe. So, wir düsen jetzt dahin, wo wir hin müssen. Hier ist hier nämlich die Militärbasis. Schon der zweite Vorrat von denen. Uh, jetzt geht's los. Zwischensequenz. Lied. Hallo? Irgendwer hier? Was zum Teufel. Oh, du solltest nicht aufstehen. Äh, sind Sie Arzt? Heutzutage eher Unternehmer. Ich hoffe, du trinkst nicht. Hier gibt es kaum noch gute Leben. Moment mal. Leg dich hin und warte, bis du dran bist. Das ist meins. Hörst du? Sie, Sie haben das alles von den Leuten. Du kapierst nicht, oder? Man muss die Gelegenheit nutzen. Oder man verliert den Profit. Einfach. Die reinste? Freie Marktwirtschaft. Sie. Sind ein Mörder. Ich bin Geschäftswund. Und du mal neuer Export. Sonnenschein. Besiege den echten Albert. Oh Gott, what the fuck. Vor allem ohne Waffen, wa? Oh Gott. Dann komm her. Was für ein Psychopathen-Kack ist das denn, bitte? Ach, lol. Was für eine behinderte Kacke das doch ist. Besiege den echten Albert. Ja, ein bisschen aufpassen. Ich muss mal den, der... Ja, Mann. Ich hab den richtigen. Oh ja, noch zweimal. Noch zweimal. Das ist so behindert. Und so. Als ob der Typ so Weihnachtsmann ist oder so. Aber ich brauch was, um den zu beschmeißen. Paff. Paff. Und da hat's gereicht. Bämst. Finish. Nein, nein. Das versaut meine Gewinnspanne. Sie wollen sich nur das holen, was mir gehört. Finger weg von meinem Eigentum. Eins. Nein. Erfolgt. Die Gruppe ist noch am Leben und wurde zur Überlebenden Schießfach geschickt. Ja, ein paar sind noch am Leben. Hauptsächlich haben wir all unsere Waffen weg. Aber wir haben Überlebende. Irgendwie. Guck mir das. Guck mir die Chemikalien. Und lass mich daraus in den Säurebrecher basteln. Was auch immer das dann ist. Genauso. Und Tschüss. Haben wir die Aufträge erledigt. Was haben wir denn hier? Oh, meine Waffen. Dankeschön. Gott sei Dank lagen die hier rum. Leuchtpistole. Oh ja, wir haben ein Überlebenden Schießfach bekommen. Geul. Für einen Psychopath, ey. Ich bin Arzt. Brrrr. 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 So sah das auch aus. Echt. Das müssen wir wieder bis da nach oben hin. What the fuck. Wir könnten wieder hier rüber. Ja, ich denke mal, das werden wir auch machen. Wieder hier rüber durch. Ja, ja. Zombie. Gemülle. Blö, blö, blö. Zuck. 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 Wobei, komm, den Teil kriege ich sogar noch. Das ist doch direkt hier vorne. Ja, da sagt er was. Da sagt er was. Genug gequatscht. Oh, Mann. So viele von denen. Ne. Ich habe jetzt keine Lust auf Spielspaß. Freude und so. Schön, wie ich in die falsche Richtung laufe. Ich muss in diese Richtung hier. Komm schon. Ich schnitze sie weg. Oh, nee. Club. Es geht nichts darüber, Zombies mit Flammen zu töten. In der Hauptsache ist einfach das Feuer-Shirt einfach nur stark. No, verschwinde. Ich versuche hier gerade wieder den Weg zurück zu... Ich versuche hier gerade wieder den Weg zurück zu... Okay. Ach, nö. Das ist ja da, wo ich nicht weiß, wie ich da dran komme. Komm schon. Finger weg von meinem Auto. Ich brauche das noch. Für cool wiege Einlagen, wie hier der zum Beispiel. Wunderschön. Ja, ja. Hier haben wir ja 50 Zombies geschafft, Platz zu fahren. Immerhin. Bei dem einen Teil müssen wir ja mit Kombifahrzeugen das machen. Fliescht weg. Zupf dich, Zombieschnalle. Boing. Das ist weg. Komm schon. Kurve. Wunderschön genommen. Ja, genau so muss das. So. Und jetzt seht ihr hier links... Dann... Ja, komm. Kriegen wir irgendwie hin. Die paar tausend Meter hier hin. Klopp. Wir haben schon lange keinen Nebenauftrag mehr bekommen. Fällt mir mal so auf. Also so einen richtigen Nebenauftrag haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Ach hier, die Dinger. Deswegen bleibt man hier kleben. Ja, 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 ja. Kommen sie wieder alle. Oh, das ist Flammenschwert schon fast kaputt gegangen. Hier rüber. Schnuckeltiecher hier. Hier rüber. Hier rüber. Zombie, Zombie, Zombie. Wofür haben wir den Erfolg bekommen? 15 Zombies, oder? Mhm. Hier rüber, meine süßen Zombie, Zombie, Zombies. Kommt er. Oh Mann, ey. Das sind so viele. Aber durch das Schnitzeln hier durch haben wir gleich Level ab. Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%, wenn wir hier uns durchgeschnitzelt haben, Level abzuhaben. Weil es einfach so viele sind. Ja, seht ihr? Da haben wir Level ab. Und wir kriegen drei Attributskünfte. Geil. Können wir doch direkt da rein verteilen. Nur ein Special Move verfügbar. Noch mehr HP. Alter. Zombies. Oh, das Auge hin sieht. Oh Mann. Oh Mann. Fließbandproduktion sind die. Ganz klare Angelegenheit. Zombie-Fließbandproduktion. Oh Mann. Hierher. Kommt her. 6-fache HP. Hier rüber. Alter. 6-fache HP. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Alter. Ja, Flammenschwert ist aber auch noch da. Und zack. 999. Okay. Gib mir Mühe. Hier rüber. Kommt her. Nee, das hat zu lang gedauert. Genau in dem Moment. Wobei, ich muss mir erstmal neue Waffen holen. Das war echt übel. Das war echt übel. Da hinten ist das. Da hinten ist das. Da hinten ist das. Komm schon, halt dich fest. Komm schon, halt dich fest. Doch, hier waren wir ja letztens auch unterwegs wieder. Ich komme immer wieder hier hin. Immer wieder wegen dem Waffenschrank. Da brauche ich echt viel Zeug. Da brauche ich echt viel Zeug. Sollte erstmal reichen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Noch zwei Flammenschwerter. Das reicht erstmal. Bin ich hier nicht abgeschmiert. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Ich fahre in die falsche Richtung. Hier lang. Das war ein lustiger Wegflieger. Komm ich denn von hier aus jetzt da hin? Ach, da hinten. Da hinten lang. Ja, ja, so ein Dreck. Komm denn hier bitte obendrauf Zombies. Hier müsste irgendwo ein Motorrad sein. Boah, Motorrad. Können wir das nämlich zusammenbauen zu so einem Super-Roller. Achja, fangen wir hier geschmeidig hoch und rasten voll aus. Da hinten ist ein Motorrad, da hinten ist ein Motorrad. Daneben ist auch eine Walze. Zupft euch, ihr müsst da durch. Oh ja, Motorradwalze. Bezischt euch. Abgefahren. Auf jeden Fall. Geil. Teils mir dieses Voll-Guy. Nichts kann dieses Fahrzeug aufhalten. Dampfwalzen-Move. Ein Stück zu weit gefahren. Yeah. Dampfwalzen-Special-Move. So ein ganzes Kapitel geschafft. Hi Lauren. Gehen wir doch mal hoch. Habe ich eigentlich einen Punkt in Gewandheit reingestopft? Ja, ne? Ich denke. Ich denke schon. Und letztes Mal eine Mission für heute, sagt er. Da ist doch Anna. Annie meine ich. Hey. Kein Zombie. Trotzdem. Du hast es geschafft. Toll. Danke. Hör zu. Du und Red, ich meine, seid ihr... Hey Annie, ich habe ein Notsignal von Angel erhalten. Oh, du hast es geschafft. Tu nicht so überrascht. Red, was ist los? Angel sagt, es gibt eine Computeraufnahme von den Angriffen auf Zivilisten beim Polizeirevier. Stammt von den Sicherheitskameras. Damit kriegen wir sie, wenn wir hier rauskommen. Mhm, aber zuerst müssen wir Angel holen. Sie glaubt, sie kennen ihre Position. Ich könnte zum Polizeirevier. Wenn ich nur die Infos aus dem Computer holen soll. Schaffst du das, Nick? Ja. Ja, ich mach das. Okay. Angel ist beim Pool im ersten Stock eines Hotels in Central City. Gehst zum Polizeirevier und ziehst das durch. Dann treffen wir uns hier. Verstanden? Du bist okay, Nick. Du bist in Ordnung. Komm schon, Annie. Wir müssen zu Angel. Ich pass auf dich auf. Spiel erfolgreich gespeichert. So. An dieser Stelle mit diesem wunderschönen Flammenschwert werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Dead Rising 3 mit mir, dem Levkara und diesem wunderschönen Goldkettchen und dem Sombrero. Arriba, Arriba! Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao! Ciao. Tschüss. ア